Herzlich Willkommen bei Möbeldäbbel an Fisbeck. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Wir befinden uns inmitten der Weihnachtszeit und freuen uns auf schöne, besinnliche Tage im Kreise unserer Liebsten. Damit auch wir euch eine kleine Freude bereiten können, könnt ihr tolle Möbel und Dekorationsartikel zu wunderbaren Aktionspreisen ergattern. Also, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, kommt vorbei. Unser Dekofee packt euch eure Geschenke auch schön weihnachtlich ein. Wie wäre es beispielsweise mit dem Sessel Meret aus der aktuellen Schöner-Wohnkollektion? Er ist in vielen Stoff- und Lederfarben erhältlich und somit mit Sicherheit auch bei euch zu Hause ein echter Hingucker. Ein Esstisch ist nicht immer nur ein Esstisch. Und gerade in der Weihnachtszeit nimmt er eine hohe Bedeutung ein. Denn jetzt kommen Freunde und Familie zusammen und verbringen eine schöne gemeinsame Zeit miteinander. Und was darf in der gemütlichen Zeit auch nicht fehlen? Richtig, ein schönes Schlafzimmer mit einem gemütlichen Bett zum lange Ausschlafen. Und jetzt wünschen wir viel Erfolg bei der nächsten Frage. Zu gewinnen gibt es fünf Gutscheine im Wert von 50 Euro. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie eine schöne Weihnachtszeit, Hing reignszeitung im Wert.